Burgberg. Während der Saaler Eiszeit 160.000 bis 120.000 J-Punkt, als Teil des Höhenzüges Entmoräne-Wilsdorf-Höpen. Aus Schmelzwasser... Wasser? Gletscher... Was? Das ist schon ein ganz schön alter Schild. Muss aus dieser Zeit sein. Ringqual aus spätsachsischer Zeit, 8. bis 9. Jahrhundert, das sichtbare Wallgraben-System, Konstruktion aus Holz und Erde. Ja, gut. Da hinten steht Schießstand Lebensgefahr. Ah ja. Rönneburg erreicht man sehr gut mit dem 241er. Ganz zu schweigen vom 141er. Beide Linien sind ziemlich klasse, intim, in leichter Hügellandschaft, nicht schwergängig. Zentral dazwischen der Burg Berg. Einer der erheblichsten Erhöhungen im Hamburger Raum ohne Gipfelkreuz, aber mit Sitzbänken aus Holz. Früher war Rönneburg auch nicht ab von der Welt. Bis 1971 fuhr sogar die Straßenbahn bis hierhin. Seit langer Zeit werde ich mit dem Werk von Hanne Darboven konfrontiert, der berühmten Tochter dieser Stadt und Rönneburg. Erst vor ein paar Jahren zu jung verstorben. Sie lebte zurückgezogen im familiären Gutshaus. Ihre konzeptionellen Werke passen mir zu der Ruhe hier am Stadtrand. Die Kaffee-Dynastie Darboven, JW statt JJ, vielleicht auch. Die Kaffee-Dynastie Darboven,лерke